Liebe Schüler der 12. Klassen, unser Physikkurs der evangelischen Schule Schönefeld zeigt uns heute einen Versuch zur Quantenphysik. Dieser Versuch wird als äußerer lichtelektrische Effekt bezeichnet. Er wurde bereits 1888 von Wilhelm Heilwachs erfunden und wird deshalb auch als Heilwachseffekt bezeichnet. Er war übrigens das erste Phänomen mit Licht, bei dem ein Quanteneffekt gezeigt werden konnte. Und nun beginnen wir mit der Durchführung des Experimentes. Ankommen. Dafür stellen wir euch erstmal alle Geräte vor, die wir dabei nutzen. Hier haben wir einmal die Stromquelle. Als nächstes haben wir das UV-Licht, mit dem wir die Zinkplatte bestrahlen werden. Hier haben wir das Elektrometer. Dies werden wir aufladen mit einem Stab und einem Kaninchenfell. Und hier haben wir den Bandgenerator, den wir mit dem Kabel mit der Zinkplatte sozusagen verbinden werden. Und zum Unterlässt haben wir das weiße Licht. Hier zu sehen. Erst müssen wir das kurz aufladen. Es wäre vielleicht besser, wenn wir doch erst die Platte noch abschmögeln. Können wir noch tun. Nehmen wir dafür die Platte raus. Stecken sie dann wieder rein. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Und sehen hier einen Ausschlag. Genau. Nun schalten wir die Schraubendreher an. Wie wir sehen, geht jetzt mit der Zeit, geht der Ausschlag zurück und nähert sich der neue. Der Bandgenerator eingeschaltet. Dann nehmen wir das Kabel. So. Verbinden es mit dem Bandgenerator und mit der Zinkplatte. Jetzt wird diese aufgeladen, positiv. Und man sollte einen deutlichen Ausschlag sehen. Nun sehen wir, dass der Ausschlag nicht zurückgeht. Und um das Ganze zu beweisen, können wir das nochmal mit der Lampe, mit dem weißen Licht beweisen. Und auch hier sehen wir nichts. Damit hätten wir den Versuch durchgeführt und lassen uns jetzt noch einige Aspekte zur näheren Erklärung hören. Von unseren Schülern, bitte. Bei dem Versuch haben wir beobachtet, wenn wir eine negativ geladene Zinkplatte mit ultraviolettem Licht bestrahlen, dann wird die Platte entladen. Verwenden wir statt die UV-Licht sichtbares Licht, so wird die negativ geladene Zinkplatte nicht entladen. Selbst wenn man die Lichtintensität sehr hoch wählt. Bestrahlen wir eine positiv geladene Zinkplatte mit beliebigem Licht, so tritt kein Effekt auf. Erklärung für die experimentellen Ergebnisse Licht kann nur die beweglichen Elektronen aus der Platte herauslösen. Die positiven Atombunkte jedoch nicht. Zur Ablösung der Elektronen aus einem Festkörper ist eine bestimmte Energie erforderlich, die als Ablöseenergie oder Austrittsarbeit dA bezeichnet wird. Licht mit hoher Frequenz, also UV-Licht, gibt seine Energie in größeren Portionen oder auch genannten Quanten ab, als Licht mit niedriger Frequenz. Bei einer bestimmten Frequenz haben die Photonen gerade die zur Ablösung von Elektronen erforderliche Energie. Wenn die Energie eines Photons größer ist als die Austrittsarbeit für ein Elektron, dann ist die restliche Energie gleich der kinetischen Energie dieses herausgelösten Elektrons. Es ist also E gleich WA plus E-Kin. Die Formel finden wir hier vorne nochmal an der Tafel. Damit hat der Grundkurs Physik an unserer Schule den ersten Versuch in der Quantenphysik gezeigt. Das war's.